Jo und somit wieder herz Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Path of Titans. Lange ist es her, wo die letzte Folge kam und es ist einiges passiert. Der Amagasaurus wurde released, der T-Rex ist neu drin und vieles weitere. Ich will aber hier rein. Ich will den Uppis oder Uffis, den will ich spielen. Okay, Ark God Mods. Gehen wir da mal rein. Okay, sind einige Mods drauf? Ein paar? Ach ja, und nicht fragen, ich habe etwas Kuscheliges an, weil es kalt hier drin. Also, es ist Nacht und ja, Akrokanto. Ich suche aber den ein. Oh, der Kano sieht auch gut aus. Ui, Megalania ist drin? What? Da ist er doch, den ich haben möchte. Ich weiß zwar nicht, was es darstellen soll, aber ich denke mal, es wird einfach ein Drache sein. Ei, ei, ei. Ich hoffe, der wird gut ausschauen. Ja, ich denke mal schon. Ich würde sagen, so gehen wir rein. T-Lorius. So nehmen wir uns. Ja, ich würde sagen, das ist unser Viech. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was es ist, aber wir gehen mal rein. Ah, er war doch gerade noch so groß. Wir betreten mal die Welt. Ah, verwendet Eingabenstab... Oh, was? Um zu springen? Na, ich glaube, das kann der Kleine hier doch gar nicht, oder? Ach, wie ist... Ah, du wirst aber schnell erwachsen, oder? Ja, gut. Ich würde sagen, wir sind gleich erwachsen, oder? So, drücken wir Hammer zum Ausruhen. Wir müssen ja halt ein Tutorial irgendwie machen. Ach, guck mal, da drüben... Wo ist denn hier Essen? Ich versuche ja, irgendwas zu essen, aber was kann ich denn hier essen? Okay, pass auf, wir gehen mal raus und gucken mal ganz kurz. Neue Erwachstumstufe erreicht. Ja, sehr schön. Oha, was für schöne Farben. Warum kriege ich nicht so schöne Farben, hä? Alter Schwede. Ich glaube, ich bin ausgewachsen. Okay, warte mal, da drüben ist irgendwas. Wir müssen irgendwas da machen. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Essen. Ist es gut? Ich glaube, wir essen uns erstmal voll. Ach, guck mal, was ist das denn unten? 10 Minuten 13. Werde ich dann größer? Ach, wie gern würde ich ihn jetzt essen? Aber ich... Oha, warte mal, ich... Ich kann nicht durch hier durch? Dankeschön. So, guck mal, erstmal hier schön was trinken. Klappt es denn? Hey! Kollege, Kollege! Junke! Sag mal! Ich will doch nur was trinken, Mann. Diese Backen zeigen wichtige Öde. Dein Kreatur. Hunger grün. Durst blau angezeigt. Okay. Gesundheit. Status. Effekte. Ja, Kollege! Ich werde angegriffen. Alter, ist das dein Scheißernst, Mann? Warum fast greife ich denn an? Ich habe keine Ahnung. Der lässt mich einfach nicht nur. Okay, wir gehen hier rein. Wir tauchen. Runter! Hi, Kollege! Okay. Chat öffnen. Habe ich gemacht. Oh, warte mal. Jetzt muss ich da auch noch was aufheben. Na super! Okay, jetzt aber. So, let's go! Komm! Ja, ja, ja. Schnell, 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 schnell. Hebe was auf. Du sollst aufheben. Ah, jetzt habe ich was. Ah! Kano! Hi! Okay, und da drüben muss ich es hinlegen. Ach, come on. Really? So, wir liefern das jetzt mal. Wir müssen halt ein paar Pilze abliefern. Haha! Du kleiner B***er. Du kommst hier nicht rein, wa? Okay. Menü. Charakter. Okay, was haben wir denn? Ah! Es gibt da so ein Skin-Menü. Wir gehen erstmal weg von ihm, ja? So, hier sind wir jetzt erstmal safe. Don't move! Okay, Menü. Charakter. Okay, was gibt es denn hier? Ich wollte nur mal ganz kurz angucken. Was ist... Oh. Oh! Welchen Skin nehme ich? Hi, Spino! Danke, Loki. Mal weg. Oh, my God! Und, äh, da ist er wieder. Hi, Brüder und Schwestern! So. Also, wir brauchen erstmal jetzt ein Skin. Ja, ich würde sagen, das wird er hier. Drücke die Taste, um die Fähigkeit zu nutzen. Na, endlich! Wir hauen ab hier. Ciao, Abella! Du kleiner Penner, ne? Ich sag's euch, Ding. Tutori verlassen. Bleib in der Gegend. Verlasse. Wir sind allein. Das bedeutet, Charakter, heute beginnen. Yes! Okay, das hier muss... Okay, die Zeit läuft runter. Alles klar! Okay, dann heißt es, wir müssen kurz ein bisschen warten und, äh, wir gehen mal ganz kurz in die Sonne und ich hab da mehrere... Was hab ich da? Quests? So, das bedeutet, wir müssen dorthin. Keine Ahnung, was da ist, aber wir werden's herausfinden. Ja, ich würde jetzt sagen, der schnellste ist er jetzt nicht, aber dennoch, äh, er sieht verdammt gut aus. Okay, wir haben eine neue Attacke. Cool. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Also, man kann ja bestimmte Calls machen, so. Das ist das Erste, was er kann. Normal. Einmal Stimmenruf. Schön. Liebe machen. Schön. Aggressiv. Oha. Warnzeichen oder so? Also, Achtung. Okay, laut machen. Oder was auch immer das sein soll. Auge! Und wiederholen. Ha! Okay. Süß. Ah doch, der sieht schon cool aus, oder? Ja, ja, der sieht echt fett aus. Sieht schön aus hier. Hm. Ja, ja. Und kann es sein, dass ich echt meinen Skin doch kriege? Irgendwie sieht's aus, als ob ich meine Farbe verändere. Sammle 25 Äste. Ah, hier. Sammeln. Ich weiß zwar nicht, wohin er die Äste packt, aber ich glaube, irgendwo eine Tasche war. Oh, wait. Er kriegt wirklich die Farbe. Okay, das sieht verdammt nice aus. Geil. Endlich verwandelt er sich. Er sieht zwar noch nicht perfekt aus, weil er noch nicht erwachsen ist, aber... Schön. Ei. Braves Tier, braves Tier. Er hört auf mich. Ah! Nein, Spaß. Ja, ja. Hm. Hm. Schön, 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 schön. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich will da runter. Das passt schon irgendwie. Huch. Der hat's überlebt. Hm. Tipptopp. Ja. 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 Der lebt immer noch. Dann wollen wir doch mal was weiteres ausprobieren, und zwar unsere neue Fähigkeit. Also, das hier ist es, und mal gucken, wie es ausschaut. Wir gehen mal kurz runter. Ah, Zucker. Uh, das will ich von der anderen Seite sehen. Kann er einen Hechtsprung rausmachen? Okay, nicht richtig, aber es sieht schön aus, wie er es macht. Ah, nice. Was ist das hier? Es gibt Töne von sich. Was, Quest Fegelschlank? Ja. Sammel deine Eiche selbst alleine ein. So, Wegstein benutzt, ne? Das war nur für Freunde. Ich hab hier aber keine Freunde. Das ist echt doof. Er bekommt jetzt sogar langsam echt die Farben, die ich halt ausgesucht habe. Verdammt nice. So, wo muss ich denn jetzt lang? Das ist mir zu lang. Nein, 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 nein. Gibt es hier denn hier so Deathmatch? Come on. So, dann wollen wir doch mal loslegen, ne? Also, da hinten kämpfen schon alle. Links der Dino Cerato trägt seinen Kopf sehr weit runter. Was macht der Enki da? Okay, scheinen alle ein bisschen aggressiv zu sein, aber ist nicht schlimm. Da passe ich dann am besten dazu. Kappa. Ich denke mal, ich kann... Oha, man sieht Fußspuren. Ui, cool. Hi. Kusch dich, Kollege. Ansonsten werde ich gleich richtig aggressiv, okay? Okay, er haut ab. Okay, sehr schön. Ach, das ist ein Hai. Nehmen. Ui, lecker. Ich will mal gucken, wer gewinnt. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung hier funktioniert. Na, super. Ich kann jetzt auch nicht mehr angreifen, oder was? Werde ich sterben? Na, okay, doch, doch, doch. Alles gut, alles gut. Oh ja, oh ja. Ich bin hinter ihm. Wieso kann er sich so schnell drehen und ich nicht? Steht das Wasser rein. Haha. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, 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 oh. Ja, der kann ja gut hinterher kommen. Ich bin aber schneller. Ich bin nicht lange im Wasser. Hi. Da, das war ein Fehler. Ja, ich hätte... Hi, Katze. Rache. Ja, ähm, ein Uterruptor. Ähm. Der gemoddet ist. Also, der ist eigentlich nicht normal im Spiel drin. Na, von der Bewegung her schon nicht schlecht. Wir gehen rein. Huh. Oh oh. Oh oh. Los, du schaffst es. Hi. Oh, scheiße. Oh oh. Ich will nicht deine Beute sein. Alles wird gut. Ich bin nicht böse. Will er mich hochpushen? Ach, du bist ja nett. Der rettet mich. Dankeschön. Thank you. So, dann gehen wir doch mal hier rüber. Hallo, Kinders. Bam. Geht doch. Hallo. Dilo. Moin, moin. Ich dachte, es wäre ein Pflanzenfresser gewesen, aber es war ein Dilo. I'm sorry. Ey, 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 ey. Ich würde sagen, immer schön nett bleiben, ne? Ey, sogar rote Fußspuren. Okay, das ist natürlich geil gemacht, wenn du jemanden verfolgst, den du tötest. Und dann kannst du ihn sogar in den Wald noch verfolgen. Geil. Hi. Na, aber schade, dass immer keine... Ich brauche immer eine zweite Attacke. Ist immer besser. Als nur eine. Oh, ist der gut? Ist er böse? Ich weiß es nicht. Hi. Oha, aggressiv. Terrezino. Ja, moin. Autsch. Hey, unfair. Haha. Das ist nicht schlimm. Nächste. Na und, wer kennt ihn? Ich glaube, jeder von euch erkennt ihn. Okay, das sieht verdammt gut aus. Und ist das da oben ein Käfig? Da brennt es sogar. Wir gehen mal hin. Au. Au. Lass dir mal Rex in Ruhe hier. Autsch. Alter, das ist ja ein richtiger Massaker hier. Und was bist du eigentlich? Das ist ein Alien. Na ja, aber der Rex, muss ich wirklich sagen, der bewegt sich wirklich gut. Warte. Ey, ich habe keine Zeit, Mann. Ich habe da gerade ein Feuer entdeckt und da will ich kurz hingehen, ja? Danke. Falls ihr ja natürlich auch mal mit meinen Brüdern oder so weiter, ähm, Path of Titans sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich glaube, ich komme hier gar nicht rein, oder? Doch. Ach, wie nice. Ob, ob es hier irgendwann in Zukunft Menschen gibt? Hm, wäre gut vorstellbar, wenn man das hier so einbaut. Da oben ist halt wirklich ein Käfig. Boah. Ey, das mit dem Feuer sieht ja optisch richtig gut aus. Jetzt müsste es Nacht sein. Okay. Ich halte rechtsklick gedrückt. Ich halte es gedrückt. Ich halte es gedrückt. Au. Nein. Ey, das hat gerade meine Attacke abgebrochen. Du kleiner Penner. Okay, komm her, komm her, komm her. Ey, der Rex macht Knochenbrecher, wenn er die Attacke macht. Er reißt total sein Maul auf. Und, äh, ich... Habt ihr das gerade gesehen? Passt auf, hier. Zack. Und jetzt muss ich schnell hin da. Komm, 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 komm. Sonst macht er sein Maul zu. Das ist also Knochenbrecher, ey. Geil. Auch nicht so ein kleines Ziche, ey. Oh, danke, vielen Dank. Oh mein Gott. Lass mich doch mal ganz kurz. Du kleiner Bastardo, ne? Wie kriege ich den denn tot? Ha, Treffer. Treffer. Oh, komm her, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ah, Rexy, nicht weinen. Es wird alles gut, ja? Ja, ja, es wird alles gut. Komm, leg dich kurz hin. Ja, 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 ja. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen verletzt, ne? Jutta, hilf mir doch mal. Töte es. Bitte hilf mir. Hilf mir doch einer. Echt, wer reckt. Dankeschön. Danke, Katze. Arigato. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.